So, los geht's mit dem nächsten Ranglistenspiel. Wir wurden noch nicht mal, unser Durchschnittwert wurde noch nicht mal ermittelt. Nachdem ich das letzte Mal Reinhardt gespielt habe, werde ich jetzt Lucio spielen. Mal wieder. Fühl mich einfach sicherer. Okay, wir haben zwei Heiler, zwei Tanks und zwei Dedes. Und davon, von letzteren, haben wir Junkrat und Sojan. Ich fühle mich relativ sicher hier. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur mit diesen elf Siegen, die ich da jetzt in Folge habe, bin ich einfach nur zuverwöhnt. Ich gehe mal hier hin, weil hier kann ich jemanden runterschubsen. Okay, okay, okay. Okay. Okay, okay. So, zurück zum Absender. So, einfach kriegst du mich nicht. So, zurück zum Absender. Ja, sie separieren uns hier gerade so ein bisschen. Und dann war ich als einziger noch vorne. Das ist halt immer so ein bisschen mein Problem. Das geht gut ab. Okay. Okay everybody, relax! So, was zum Absender? Jetzt wird's passiert. So einfach schießt du mich, ne ich? So, was du ja? So, was du schon mal? So, was du ja? So, was du ja? So, was du ja? Nein, 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 nein. eine Reine, ähm, Roker-Ulti! Der Tod ist einfach schafft, diesen Dingern auszubeichen, diesen Haken-Geräten. Aber da hat er mich jetzt auch zerhäckselt. Zermahlen. Ich hoffe nur, dass sie jetzt den Punkt nicht kriegen. Das wäre wirklich doof. Aber es sieht nicht so aus. Wobei, es wird langsam eng. Es wird eng, es wird eng. Das hätte ich nicht machen sollen. Andererseits will ich sie auch immer ein bisschen hindern, vorzukommen. Ich will nicht, dass ich... Nein, 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 Contest, Contest, Contest... Ja, ich glaube, ich spiele gerade nicht so ganz optimal. Nein, 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 nein. Ich muss ein bisschen defensiver spielen. Wir dürfen sie aber auch nicht so weit kommen lassen. Deswegen bin ich ja immer sofort. Wir sind nie nah genug dran, als dass wir... als dass wir sie tatsächlich verhindern würden. Als dass wir sie tatsächlich verhindern würden. Ah, die dürfen einfach den Punkt nicht kriegen. Ja, ist definitiv nicht meine Sternstunde hier. Jetzt wird's massiv. Untertitelung des ZDF, 2020 Noch 10 Sekunden. Wunder 1, okay. Noch einen mitgenommen. Mal gucken was kommt. Wieso mag ich es eigentlich mal so auf Tanks drauf zu gehen? Das ist so mein liebstes Ding. Also ich mag keine Squishies. Ich mag Tanks. Ist immer so. Die stehen alle so runden aber auf dem Haufen. Jetzt wird's auf die Ohren. Los geht's Leute. Achtet der Brat. Danke. Jetzt wird's massiv. 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 Ja, wenn sie hinter uns sind, sind sie nicht vor uns. Kommt Leute, kommt. Das wichtigste ist die Payload. Die Payload muss vor. happen euch unbedingt. Ein bisschen hüten. Vor dem Soldier. Ja. das hat jetzt gerade nicht so sonderlich gereicht aber ich denke mal das schaffen wir haben jetzt irgendwie noch 2 minuten 30 für die fünf meter so und jetzt geht es ab jetzt geht ab jetzt wird man sich Match abgeschlossen. Match abgeschlossen. Und nun? Und nun? Wer hätte gewonnen? Schon wieder? So. Hab ich Silber erreicht? Das ist die Frage. Jetzt ist die Frage, wie lange dauert es noch bis Gold? Oh, neues Highlight. 28 Eliminierung. Die Frage ist aber wirklich, wie ist der Punktestand? Wie ist der Punktestand? Ja Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wie immer würde ich mich natürlich über Likes und Kommentare dazu freuen. Ihr könnt auch einfach mal drüber nachdenken, mir ein Abo zu geben. Das hilft mir weiter und ihr werdet natürlich auch informiert, sobald es ein neues Video von mir gibt. Bis zum nächsten Mal.